Gute Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Letzten Tagen relativ viele News, aber ich habe mir gedacht, dazu muss ich ein Video machen. Es ging ein klein wenig an mir vorbei, weil es schon am 24.10. gepostet worden ist. Irgendwie habe ich das nicht ganz mitbekommen. Ihr habt es im Titelfall schon gelesen. Es kommen wirklich einige Sachen in diesem Video vor. Wir werden wahrscheinlich auch auf die ein oder andere Dinge nochmal spezifisch eingehen, wenn es dann soweit ist. Ich rede hier von Updates. Die Jeremy Stieglitz gepostet hat auf Twitter. Wer nicht weiß, wer Jeremy Stieglitz ist, ihr habt hier auf jeden Fall CEO, Showrunner, ARK, animierte Serie, Lead Designer, Programmer, hier, Krio Creative, Director of ARK. Also, ja, Big mit drin, wer den Namen nicht kennt. Also da auf jeden Fall, Leute, die Sachen, die er postet, sind auf jeden Fall real. Daran können wir auf jeden Fall uns festhalten. Und wir gehen erstmal nicht an das hier oben. Also über die animierte Serie kommen wir gleich nochmal zum Schluss. By the way, das Bild finde ich sehr hübsch. Kommen wir gleich nochmal drauf zu. Es geht erstmal hier um das Update, was dieses Jahr noch für uns kommt. Und da habe ich mir hier die Übersetzung mal rausgesucht. Fangen wir mal an mit dem ersten Post hier oben. PC, Xbox und Playstation werden auch alle erweiterten Story-Inhalte erhalten, die für Switch hinzugefügt werden. Neue Story-Cinematic zum Beispiel von Scotch-Earth, aktualisierte Rockwell-Boss, gesprochene Helena und Rockwell Explorer Notes und Dosiers und andere Goodies. Das alles wird auf den anderen Plattformen mit dem Weihnachts-Update im Dezember 2022 veröffentlicht. Und Leute, das ist ja schon mal was krasses, aber ich meine erstmal den zweiten Teil, weil der zweite gehört auch zu dem Text wieder zu. Und wartet, bis du gegen Rockwell Operation antrittst. Sagen wir einfach, er ist viel gesprächiger. Ja, jetzt ist es nur noch hoffentlich ein paar Tage, bis Nintendo die Freigabe für die Veröffentlichung erteilt. So, also, es geht darum, Leute. Kurz zusammengefasst, wer sich als Nicht-Nintendo-Switch-Besitzer damit nicht befasst hat. Auf der Nintendo-Switch, die bekommen jetzt ja zum ersten Mal so gesehen, Scotch-Earth, Aberration im Dezember, Extinction im Februar, müsste das so Januar, Februar, März, also dieser Anfang des Jahres sein. Und die bekommen jetzt der Island als überarbeitete Version, auch jetzt Anfang November hoffentlich, wenn das Update endlich mal kommt. Und mit diesem Update haben die sich halt gedacht, wir überarbeiten nicht nur diese Maps, sondern wir fügen ein bisschen was hinzu. Zum Beispiel, der Island bekommt vorgelesene Explorer Notes. Ob die in Deutsch vorgelesen werden, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass es einfach nur Englisch ist und groß, aber sie werden zumindest vorgelesen. Scotch-Earth zum Beispiel bekommt eine Cutscene. Hat es noch nie gehabt, Scotch-Earth, wenn man den Boss, also den Manticore macht, dann gab es nie eine Cutscene. Die bekommt sie jetzt. Und weil sie gesagt haben, hey, wir machen das nicht nur für die Switch, bekommen wir alle auf Playstation, Xbox und PC auch diese, ich sag mal, Boni-Updates. Ja, mit den Explorer Notes und mit der Cutscene bei Scotch-Earth dann zum Beispiel. Und im Dezember bekommt die Switch Aberration. Und Aberration bekommt auch eine Überarbeitung, wie sie ja geschrieben haben, zum Beispiel einen aktualisierten Rockville-Bosskampf. Und hier oben wird dann nochmal im Weiteren ja gesprochen, dass der jetzt viel gesprächiger ist. Ich glaube, Rockville spricht aktuell, glaube ich, gar nicht. Oder er krummelt so ein bisschen da gefühlt vor sich rum. Und das könnte ganz interessant sein. Da habe ich gar nicht dran gedacht, wie die Switch-Version rausgekommen ist, dass natürlich die Überarbeitung der Karte uns Bonis bringen kann, weil sie vielleicht kleine Sachen auf der Karte ändern. Ein aktualisierter Rockville-Bosskampf kann natürlich sein, Leute, oder Boss heißt ja nur aktualisierter Rockville-Boss, dass wir wirklich einfach nur vor einem Gespräch reden. Kann aber auch sein, dass wir vielleicht ein paar Optik-Anpassungen bekommen, eventuell wird er ein bisschen schöner gemacht, eventuell gibt es ein paar flüssige Abläufe. Das muss man mal abwarten, ob der Kampf allgemein überarbeitet wird, weiß ich nicht. Das kann man jetzt nicht unbedingt sagen. Aber zumindest würde er mit uns ein bisschen reden, ein bisschen mehr Story mit uns mitteilen, was eigentlich ganz cool ist, wenn man mehr von der Ark-Story mitbekommt. Was sie mit Goodies meinen, ist die Frage, kann vieles sein, Leute. Ich meine, das kann sein, dass wir ein paar Skins bekommen, die zum Beispiel für die animierte Serie ist. Ich meine, das wäre möglich, Ganzkörper-Skins zum Beispiel von Helena, von Rockville. Man könnte weitere Dino-Skins aus der animierten Serie mit reinbringen. Es wäre sehr, sehr viel möglich, dass auch das Goodies in diese Richtung geht, in Richtung Skins. Könnte aber auch sein, dass Goodies in Form von vielleicht kleinen Anpassungen auf der Karte sind. Ich sage das nur nochmal so fiktiv als Beispiel. In der Serie dann zum Beispiel sieht man kleine Sachen, die dann auf den Karten so ein bisschen hinzugefügt werden, wie so Mini-Tempel-Anpassungen. Weißt du, ich meine, das könnte alles sein. Ich persönlich glaube eher sowas wie Skins. Also ich glaube nicht, dass sie an den Karten viel rumbauen werden. Aber möglich ist wieder mal alles. Ist halt arg, Leute. Alles ist möglich. Was natürlich bei uns auch auf jeden Fall als Spekulationen bringen kann, wenn wir neue Inhalte durch The Island, Scotch-Earth und Aberration bekommen, könnten wir auch neue Inhalte in Extinction, Genesis 1 und Genesis 2 bekommen. Wer weiß, was sie da noch eventuell ein bisschen anpassen, verändern, verschönern. Möglich ist auch da wieder alles. Also Leute, ich finde es cool. Ich finde es sehr, sehr cool, dass sie auf jeden Fall uns damit noch so ein bisschen, ich sage mal ein paar kleine Neuerungen dazu bringen. Vielleicht spielt man dann nochmal Scotch-Earth wegen der Cutscene. Vielleicht tut man auf The Island eher nochmal die Explorer-Node sammeln, weil man vielleicht sagt, man möchte sie gerne vorgelesen haben. Plus auf vielleicht, wenn man sagt, hey, komm, ich will mal den neuen Aberration-Kampf sehen, also gegen Rockwell Aberration. Warum? Warum nicht? Ja, also finde ich ganz cool. So wie ich es jetzt rauslese, kommt halt alles im Winter. Also auch wenn jetzt zum Beispiel die Scotch-Earth-Ending-Szene auf der Switch hier im November schon kommt, klingt das aber eher für mich halt ja so, alles im Weihnachts-Update. Also wir als, ich sage mal, Nicht-Nintendo-Spieler bekommen es dann wahrscheinlich alles, ja, im Weihnachts-Update. Wann das kommt, ist schwer. Meinen Sie mit Weihnachts-Update das Weihnachts-Weihnachts-Update, dann kommt es erst so um den 18. bis Anfang 20. rum. Meinen Sie einfach nur ein Update in der Weihnachtszeit, dann kann es natürlich auch schon Anfang Dezember kommen. Das, denke ich mal, werden wir aber dann früh genug erfahren. Vielleicht sogar schon im 24-Stunden-Livestream am 5. und 6. Den ich auf Twitch nebenbei livestream, wenn ihr Bock habt, schaut gerne rein. So, dann kommen wir zu dem oberen Post, den wir gesehen haben, nämlich diesen hier. Ja, und da steht, da wir endlich Nintendo Switch Arc wiederbeleben konnten, alles ruhig, äh, also, als Frage, alles ruhig mit Arc, der animierte Serie? Nö. Wir arbeiten gerade an Season 2, Episode 8 bis 14. Episode 13 ist fast 50 Minuten lang. Ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt, ein Standbild aus der Sequenz mit Maylin und Wuzui in 4K. Wir gucken uns das Bild gleich an, Leute. Was ich dazu sagen möchte, ist Season 2. Wo sieht die Maus da? Season 2. Okay. Heißt auf jeden Fall, dass eine zweite Season kommt. Aktuell hieß ja nur eine animierte Serie. Jetzt heißt es auf jeden Fall schon eine Season 2. Die ist schon in Folge 8, Episode 8 bis 14 dran. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es auf jeden Fall eine Season mal 8 bis 14 Folgen hat. Und wenn eine Episode, die 13, nicht unbedingt eine Special Episode, das kann auch sein, manchmal sind Special Episoden ein bisschen länger, einfach eine normale Episode wäre, sind 50 Minuten für eine Serie schon recht lange. Muss man mal sagen. Also, wenn man das mal hochrechnet, so 14 Folgen, sagen wir mal, wenn wir jetzt ein bisschen runterbrechen, auch wenn es so 30 Minuten wären, das sind 14 Folgen mal 30 Minuten schon nicht so kurz und das halt auf einer zweiten Season, also wir haben eine Season 1 vorher noch, würde ich sogar fast sagen, meine Theorie, die ich mal hatte, dass wir pro Folge eine Karte bekommen, ist damit auf jeden Fall gekickt worden. Vielleicht ist auch eine Season eine Karte. War auch eine Option. Dann hätten wir auf jeden Fall 5 Seasons, Minimum, ja, The Island, Scotch Earth, Aberration, sogar mehr. The Island, The Scotch Earth, Aberration, Extinction, Genesis 1, Genesis 2. Das wären sogar 6, 7 Seasons. Ich glaube, so viele werden es doch nicht. Aber wir warten mal ab. Ich finde es sehr überraschend, also gerade diese mit, dass sie Season 2 schon machen und wir 14 Episoden haben, finde ich eine sehr, sehr krasse Information. Jetzt gucken wir uns mal das Bild an. Das kann man hier auch in der, ich verlinke euch auch die Seite, da könnt ihr das Bild nochmal runterladen. Da kommt man hier auf diese Dropbox und hat das Bild hier in Größe. Und ich muss sagen, wenn das wirklich ein Screenshot aus der Serie ist, muss ich persönlich sagen, als Anime-Fans oder so, mir gefällt es sehr, sehr gut. Es hat nicht so diesen kindlichen Anime-Style, also dieses so leicht verkindlicht, sondern es sieht schon sehr detailliert und auch sehr, realistisch ist das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine, so tiefe Charakterzüge. Man erkennt auf jeden Fall, okay, die Charaktere haben Mimik. Man sieht auf jeden Fall auch bei den, es dürften beides Raptoren sein, oder? Na gut, das ist ein Raptor. Der hat ein kurzes Haar, aber die sind so lang, die Haare. Was ist das für ein Dino? Ne, das ist auch ein Raptor, oder? Der hat auch hier unten die Feen, die Dings. Auf jeden Fall sieht man erstens Blut, was schon mal darauf schießen ist. Es ist nicht unbedingt auf die Zielgruppe 6 bis 12 gerichtet. Sieht auch sehr, ich will schon sagen, brutal aus. So mit der Kralle, die Schnauze gedrückt und auch mit dem in den Hals gebissen. Und man sieht auf jeden Fall sogar auch an den Kreaturen Mimik. Weil, ich würde sagen, der Blick von dem Raptor sieht schon so ein bisschen, Autsch, das tut gerade ein bisschen weh aus. Und wenn die ganze Serie so diesen Charme beibehält, auch hier die mit Messer unterwegs, muss ich sagen, freue ich mich ein bisschen drauf. Weil klar, Leute, wer jetzt sagt, aber ich mag eher so Real-Furl-Filmung. Real-Furl-Filmung ist immer das Problem, wenn es geil aussehen soll, dann musst du Geld in die Hand nehmen. Ja, weil es muss ja alles animiert sein. Und man kennt es ja von Jurassic World, Jurassic Park. Gut, Jurassic Park ist ein bisschen älter, aber Jurassic World, die neuen Teile. Dinos richtig gut aufwendig zu designen, ist schon recht aufwendig. Und besonders da ARC in der Real-Life-Serie relativ viel CGI bräuchte. Also vor dem Greenscreen aufgenommen, weil man die ganzen Hintergrundgebiete, ich denke mal, sehr schwer nachstellen kann. Alleine Extinction, wie man das dann machen. Schlechtes CGI merkt man sofort. Ich weiß nicht, wer von euch Marvel-Fan ist. Es gibt viele, die bei der Serie She-Hulk zum Beispiel übertrieben rumgemeckert haben, weil das CGI teilweise super komisch aussieht. Und ganz ehrlich, bevor man mit vielleicht weniger Geld eine ARC-Serie aufnimmt, die am Ende kacke aussieht, lieber eine animierte Serie machen, wo man viel mehr Freiheiten hat. Weil natürlich in einer animierten Serie hat man viel mehr Möglichkeiten. Man kann viel mehr ausbauen, man kann viel mehr Emotionen und diesen ganzen Kram übertriebener darstellen, als es einfach in der realen Serie. Also generell, die Anime-Zuschauer unter euch kennen das wahrscheinlich, dass man das in vielen Serien einfach anders darstellen kann. Man kann Kämpfe viel bombastischer darstellen, ohne wirklich das krasseste animierte Studio zu besitzen, wie jetzt bei, wie gesagt, Marvel zum Beispiel. Deswegen finde ich es ganz gut, dass sie den Weg gegangen sind. Und wenn sie es halt wirklich auch hier so detailliert und so ein bisschen echter im Stil halten, finde ich es sehr, sehr gut. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Style findet. Ich finde auch hier so, weil sowas wie Rüstungen, Charaktere selber, wie gesagt, auch hier mit den Haaren und alles gut umgesetzt. Ich denke mal, auch die Raptoren, wenn das beides Raptoren sein sollen, sieht man auch sogar Unterschiede, dass bei diesem hier die Haare viel, viel länger sind, buschiger sind, auch hier viel intensiver sind, als hier der hier zum Beispiel. Also, dass man da auch Unterschiede unter einzelnen Kreaturen macht und dass nicht alle copy-and-pasted aussehen. Ich finde es geil. Weiß nicht, Leute. Also, ich würde sagen, lang genug mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir mal gerne eure Meinung zu all diesen Themen in diesem Video. Gerne die Kommentare. Teilt das gerne mit Leuten bei euch im Discord, auf Facebook, dass wir mehr Leute erreichen können. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Euch noch einen schönen Tag. Und bis dann und ciao. Schreibt mir, dass du eingeschaltet hast, nur für mich. Denn ohne den Support schaff ich es nicht. Lass mir ein Abo da, dann verpasst du auch nichts. Seine News, Schario hat sie für dich.